hey und konnichiwa hier ist wieder euer keanu zurück mit let's play mario kata mit dabei rio hayato und wir haben gerade irgendwie übel zirukler jetzt geht's wieder hatten wir gerne mussten wir gestern auch mal mitkämpfen ich erinnere mich wir versuchen das jetzt einfach mal so und dann hoffen dass es klappt ich nehme mir direkt mal wie der josh hier raus ich sehe piet die mario donkey kong der dich das war jetzt nicht mal gespannt ich mag züge so was erwartet uns hier die original waren die original waren war sehr 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 beschissen ja aber ich glaube die hier wird nicht viel besser sein ist sein diamant abkürzungen hier also ist ein sechs was hier neu gemacht wurde sind die speedpile und die helfen minimal wenn man sie hat richtig nutzt dann können sie für den kurzen schub helfen ja und wie man sieht ich nutze die wände wieder die wände sind ja deine besten freunde zumindest heute ja 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 genau wollte er kannte versauen wir es hier schon mal wollen wir wirklich in jedem cup gold holen ich würde sagen wir wollen wenig gewinnen ja und gewinnen heißt gold mehr als gold gibt es nicht wie wir es mit überleben ich glaube das können wir knicken ich bin irgendwie okay so ein wenig einer von uns weiter kommt der schon mal ganz schön weil ich ich tümpel hier so ein bisschen auf dem achten rum und schau dir mal beim gewinnen zu also ich hoffe du vermisst mich da vorne auf den ersten plätzen nicht ich glaube das können wir voll vergessen das läuft ja überhaupt nicht ich spiel da mal so den toten mann danke lakitu mein freund fürs rausholen stirbaffe ja genau der panzer fährt am affen vorbei schon logisch was hat der affe ein schild von wegen äh auto aiming verboten oder so wie ich hier habe diese scheiß hacker hier ja geil der affe ist schon im ziel genau gehen wir auf keine chance fahrrad kredite woher ich so schlecht gelaufen jetzt fahrrad also ich glaube die bieten weil es ein wirklich essentiell wichtig ja genau gleich mal direkt ins wasser und auf dem letzten so muss das laufen dass sie diese kackten anscheinend auch wirklich immer genau dahin legen wo man durchfahren muss kann man nicht wahr sein das macht der affe doch mit absicht so den schwulen habe ich ins wasser gehauen nein ich erwischt ich bin doch um die ecke irgendwie wenn wir so noch 506 wenn wir uns dran halten kommen vielleicht doch wenigstens bis zum vierten oder sowas in der art doch sind diese schnell auf einmal so in der kack das ist wahrscheinlich insgeheim der 300 cc cup ja wenn man erst bockst du mich an den items vorbei und dann sorgt dafür dass ich in die brühe falle und jetzt bin ich wieder siebter und ich könnte hier wieder voll die kugel schieben nicht die ruhige sondern die wilde im sektor revolver lauf like russisches roulette auf diese weg und dann sowas auf dieser strecke bin ich zufriedenen vierten zu holen auf der strecke bin ich zufrieden wenn ich überhaupt leben ins ziel kommen die für mich nicht hat ihn und nahe ein sie hat immer noch auf der drauf der instinkt vor dem regner und rauf zu holen wenn den vierten mit dem wenigsten voran ja ich bin etwas gekommen auf die nächste strecke auf der ziellinie ich bin rank out aber ich freue mich wie viel zeit hatte ich als unterschied bei luigi das war knapp hier sieht toll aus sie gefällt mir über wasser und man sieht die tiefen wasserflecken nicht hier das ist schwierig nach läng einfacher muss ich sagen wenn man von gay bowser absieht und so dieser wund unsichtbare mauer und so schon klar nein jetzt ist das schwierig die game auch ich war hinter dir und nicht mal über den online nicht nur geliebt jetzt kommt auch noch den bio in der rio cheerio der rio jahre geile spiel jawoll ich chill jetzt hier mein leben kein bock tut mir leid hier lasst mich bitte starten ich möchte eines grausamen todes sterben spiel das ist jetzt mein letztes leben das gibt es nicht oh boy ich glaube ich bin schon in der dritten runde tot also jetzt muss ich hier versuchen alles zu reißen ich würde ja wenigstens auf die rainbow road mitkommen das werde ich nicht mehr überleben wir sind in der dritten runde nicht so gut wie tot die cbos können die speedstreifen benutzen aha deshalb sind sie also manchmal zu schnell im originalspiel können sie das nämlich nicht eben soviel zum thema das wäre so ein bisschen sozial davon merke ich gerade echt viel dank eines lecks habe ich jetzt den ersten versemmelt ja klar luigi alter ey das gibt's nicht also ich glaube ich darf mich jetzt mal verabschieden weil es sieht gerade nicht rosig für mich aus sehr un- äh schön für mich toll weißt du da wünsch ich mir so ein treat für unendlich viele antinius für mich sieht es auch nicht gerade besser aus gerade wenn ich dann zu überleben würde ich meine ich muss ja lediglich ein ziel kommen als vierte dann würde ich ja noch auf der nächsten strecke dabei sein aber das würde ich ja nicht mehr miterleben wo ich bin mal nicht runtergefallen alter respekt das kann ich knicken jetzt hier ich glaube auch kommen dass ich ohne item noch irgendwie zwei plätze aufholen kann toll ich hab'n blitz und was bringt er mir wobei nein boah fies ich kanns gehen ich kanns gehen Game are over, man. Wissensweise, was kein deutsches Wort ist, der Bedienung als Mario Kart zu dienen, aber das kann ich leider nicht mehr. Von daher kann ich Keanu noch weiter anfeuern und hoffen, dass er uns irgendwie auf den vierten Platz bringt, auf das wir die vierte Strecke kennenlernen mögen. Wie wir ja wissen aus dem Originalspiel, müsste das die Vanilla Lake 2 sein. Aber natürlich wissen wir auch nicht, wie sie in diesem Spiel aussehen wird. Von daher können wir nur gespannt bleiben und hoffen, dass Bowser, der so fett und hässlich ist, nicht gerade unserem lieben Keanu andauernd den Platz spielt. Ja! Natürlich! Das war nicht schön. Das war sehr schade. Aber vielleicht... Ja, klar! Fick dich! Ich glaube, nun ist doch aller Tage Abend. Es hat mich korrigiert. Es könnte sehr eng werden. Und auch der Birdman weiß keinen Rat mehr. Oh, das wird verdammt eng. Boah, du fette Stück Marshmallow-Scheiße! Game over, man! Boah, ey! Fussrode! Ich glaube, das überhaupt nicht. Im Special Cup haben wir ja gerade echt absolut kein Glück. Hast du gesehen, wie weit ich von der Kante weggerutscht bin? Jo. Wir bräuchten sowas wie unbegrenzt viele Antinius, weil dann hätten wir wenigstens auch mal eine Chance. Es schiebt mir gleich einen unendlichen Blitz, ey! Auch damit würde das Spiel sicherlich auch um Längen leichter gehen. Ja, und einen Pilz kann ich hier überhaupt nicht gebrauchen. Ich glaube, auf der Strecke gibt es gar kein Item, das man wirklich gebrauchen kann, außer den Blitz. Und den kriegt man halt sehr selten. Aber wenn ich den Blitz nicht geschrumpft worden wäre, dann hätte ich vielleicht sogar noch den vierten Platz aufholen können. Boah, ich bin... Das war knapp. Nein! Boah, Mario, du Schubelist hier, du hast Luigi zum Ficken. Und noch ein Pilz! Ich glaub's nicht. Ich glaub, der taugt dir nur auf der Zielgeraden, wenn überhaupt. Aha. So, da versuche ich mal drüber zu springen. Das ist schon so ein Toad-Ersatz, mit seinen Mini-Dingern. Okay. Nein! Oh Gott! Nein, 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 nein! 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 Es kann nicht wahr sein, es kann einfach nicht wahr sein. Mann! Mann! Fuck it! Mann, ich schmeiß hier grad der Kakao... Genau, ich schmeiß die Kakao-Dose durchs Zimmer, so muss es sein. Ich schmeiß jetzt mein leeres Schokoladenpapier zerknüllt durchs Zimmer. Ja, Mann, so geht das. Oh, die ersten Aggressionen kommen hoch. Das ist sehr schön. Ich mein, wir haben ja auch unseren Spaß in diesem wunderbaren Spiel. Gut, das war euer Keanu und... Rio, hi Ato. Mit der Let's Fuck Mario Kart R, bis zum nächsten Mal, ciao! Oh yeah!